Durch den Raum und die Zeit gestatten sie mir, sie zu küssen. Sie müssen, sie sind, sie dürfen, los! Die gleiche Energie, die sie beim Stoß erhalten haben, beim Küssen. Ja, wir müssen wieder bis zu den Hebräen und Griechen zurückkriechen. Dann bleibe ich beim Volt, beim Volt der Gesellschaft, die Energie und meine Froschbeine mittels elektrischen Schläge zum Zucken, brachte ich zum Lachen. Ein Froschprinz, mehr, keine Spannung, ich spreche von Energie, der Physik.